Und schnell geht's weiter. Ein letztes Mal willkommen zurück zu Dishonored. Ich denke nicht, wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat. Es wird kompliziert. Wenn es jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Seit wir unseren letzten Zug, der muss sitzen. Keine offenen Fragen. Nur wenige Mitwisser, die dir am meisten zu verlieren haben. Und ich habe mir was überlegt, wie wir ihn zur Strecke bringen. Zwar quasi ein kleiner Kompromiss sozusagen. Schauen wir mal. Ja, ohne Corvo hätten wir es nicht geschafft. Genau. Das ist glaube ich das, was er gerade vorgelesen hat. So, passt mal auf. Ich möchte, dass er uns sieht. Du? Kämpfe, Corvo? Ich muss Sie enttäuschen. Wer gehört Ihnen? Der Schlüssel zu Emilys Zähne. So. Das war eigentlich mein kleiner Kompromiss. So viel zum Thema. Ich kämpfe nicht. Hm. Hm. Wer ist da? Ich will's hoffen. Ich will's hoffen. Das soll es gewesen sein. Es ist interessant. Wir haben 53 Gegner eliminiert. Wir haben drei Alarme ausgelöst. Wir haben zehn Leichen entdecken lassen. Und trotzdem ist der allgemeine Chaosfaktor niedrig. Obwohl nicht, das ist das Gesamt. Das ist dann für das gesamte Spiel oder so. Kann sein. Hm. So viel Beute haben wir nicht liegen lassen. Ich musste im letzten Moment. Ich, ich. Das tut mir leid. Aber er hat so viel. Nee. Nee. Ich mein, so gesehen war ich inkonsequent. Ich hätte den, wenn ich ihn jetzt getötet habe, doch, hätte ich auch den Lord Regenten töten können. Beziehungsweise vielleicht rein subjektiv gesehen vor allem ihn, weil er natürlich noch viel größere Übel auf dem Gewissen hat. Aber, ähm, ich sage mal so, Blut klebt an beiden Händen. Wir fahren einfach mal fort. Das Ende. So endet die Zwischenherrschaft. Und nun übernimmt Emily Caldwin die Erste nach einer Zeit der Unruhen den Thron ihrer Mutter. Du wirst an ihrer Seite stehen, Corvo. Um ihre junge Seele zu leiten. Und um sie vor denen zu beschützen, die sie ausnutzen oder ihr schaden wollen. Du saßt und hörtest zu, wo andere Männer vor Zorn geschrien hätten. Du hieltest dich zurück, statt zuzuschlagen. Und so brach mit dem Abklingen der Seuche und Emelies Aufstieg ein goldenes Zeitalter an. Eingeleitet durch deine Hand. Und Jahrzehnte später, wenn dein Haar weiß geworden ist und du diese Welt verlassen wirst, wird Kaiserin Emelie, Emelie die Weise, auf dem Höhepunkt ihrer Macht, dein Körper im großen Grabmal ihrer Mutter zur Ruhe betten. Weil du mehr für sie warst, als nur ihr Schutzherrn. Leb wohl, Corvo. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich quatsche jetzt mal wieder über die Musik drüber, wie üblich. Das Ende, also die Cutscene am Ende und gerade das mit dem Grabstein, das was gerade kam, das berührt mich doch immer ziemlich. Also auch damals schon, wo ich das gesehen habe, kann ich mich daran erinnern. Und jetzt auch gerade hatte ich auch Gänsehaut so ein bisschen, muss ich sagen. Ja, Dishonored. Das größte Kapital des Spiels ist meiner Meinung nach der Grafikstil. Und das nette, interessante Flair, kann man sagen. Das politische daran, das gesellschaftskritische. Für sowas bin ich ja sowieso immer zu haben. Ich finde die Geschichte an sich auch nicht schlecht. Natürlich nicht super komplex, aber durchaus ziemlich cool gemacht und ziemlich unterhaltsam, wenn man das so sagen kann, was die Geschichte an sich angeht. Als schlimmes Gesellschaftsdrama sozusagen. Niedergang durch Seuchen und Diktatorenherrschaft und so weiter und so fort. Ich mochte es einfach auch, mich sehr in dem Spiel vorzubewegen, muss ich sagen. Weil es sehr flüssig wirkt, wenn man so steuert, wenn man Corvo steuert. Corvo selbst ehrlich gesagt, habe ich ja schon mal gesagt, dass er keine Stimme hat, stört mich nicht unbedingt. Wohl aber denke ich gleichzeitig, dass man eventuell mehr aus ihm als Charakter hätte machen können. Zum Beispiel in dem Sinne, dass man ihn öfter von außen hätte zeigen können. So wie gerade eben in der Cutscene. Weil ich glaube, das war das allererste Mal im ganzen Spiel, dass wir Corvo außer auf Gemälden oder so gesehen haben. Hat natürlich andererseits vielleicht seinen Reiz, wenn man die Figur äußerlich gar nicht so kennt oder gar nicht so sieht. Weil man sich dann auch wieder fair hineindenken kann. Die Tallboys zum Beispiel und die ganzen Gegnertypen fand ich richtig cool, die Idee. Also nicht nur, dass es nur Wachen gibt, sondern verschiedene Gegnertypen halt. Sehr, sehr, sehr lobenswert finde ich die deutsche Synchronisation, muss ich wirklich sagen. Also das ist nach wie vor eines der wenigen Spiele, die ich kenne, die so eine durchaus sehr gute und durchwegs sehr gute deutsche Synchro haben. Slackjaw zum Beispiel auch, wo ich gerade den Namen hier lese. Also alle eigentlich. Die Stimme zum Lord Regenten passte wie die Faust auf den Eimer, wollte ich gerade sagen. Wie die Faust auf der Fresse sozusagen. Das Ende, ja gut. Manch einer hat sich vielleicht mehr versprochen, habe ich mir auch beim ersten Mal zusehen. Was ich aber schön finde, ist dieses Moralsystem. Andererseits, was ich gleichzeitig, ich sage gleichzeitig, es ist schön. Andererseits muss ich es kritisieren in dem Sinne, dass nicht hundertprozentig klar ist, wonach es bemessen wird. Wird es bemessen nach der Anzahl der getöteten Gegner? Nein, würde ich sagen, weil, wie gesagt, wir haben ja auch jetzt zuletzt aggressiver gespielt und wir hatten trotzdem immer einen niedrigen Chaosfaktor. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einmal einen hohen Chaosfaktor hatten. Also an den getöteten Gegnern liegt es nicht. Das hätte da schon ziemlich mit reinspielen müssen, finde ich. Ich habe den Eindruck, dass das viel mehr danach bemessen wurde, ob Leichen und Körper entdeckt wurden. Und solche Sachen. Finde ich ein bisschen super optimal gelöst. Aber die reine Idee, dass es sowas gibt, mit unterschiedlichen Enden auch, und dass es sich auswirkt, wie man spielt, den Grundgedanken finde ich immer schon, oder fand ich auch immer schon sehr interessant und sehr reizvoll. Es wurde wohl mittlerweile auch ein zweiter Teil angekündigt. Eventuell könnte er auf der E3 angekündigt werden. Wird gemunkelt, es steht noch nichts genaues fest, soweit ich weiß. Es gibt auch DLCs, auch hier sei gesagt. Die werde ich nicht sofort spielen, jetzt im Nachhinein, weil ich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Pause haben möchte von Dishonored. Und ich habe es schon im Infovideo gesagt, vor allem jetzt auch zuletzt vielleicht, ich weiß es nicht, ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung gewesen, haben, ja, war es vielleicht auch nicht so reizvoll für manche Zuschauer, das Let's Play zu gucken. Ob es an mir lag, ob es im Spiel lag, wahrscheinlich eher im Spiel, was ich bis jetzt gelesen habe, glücklicherweise. Ähm, aber, ja, das, äh, ich finde es schade, weil es ein schönes Spiel ist, aber ich kann es auch verstehen, wenn man das ein bisschen auf Dauer spröde findet vielleicht, warum auch immer, ich weiß es nicht. Soll es geben, muss ich mich fügen. Jedenfalls, die, die bis hierher zugesehen haben, äh, denen möchte ich ein herzliches Danke aussprechen. Auch für die, die kommentiert haben, für die, die geliked haben. Also ihr könnt hier zum Beispiel auch bei diesem Video noch, äh, falls ihr keinen Kommentar schreiben wollt zum Beispiel, das Video liken und mir damit zeigen, dass es euch, äh, gefallen hat. Das Let's Play. Und, ähm, ja, was gibt's denn zu sagen? Ich fand die, die Level sehr abwechslungsreich, sehr schön designt, sehr liebevoll designt. Gerade zum Beispiel das Haus der Lady Boyle und solche Sachen. Und, äh, generell sehr, sehr, sehr farbenfroh, sehr, äh, wie soll man sagen, diesen Ölgemälde-Look finde ich halt einfach super. Ähm, ja, Soundtrack ist schön, kann hier auch nichts gegen sagen. Ähm, das Ende ist vielleicht ein bisschen abrupt, ja. Weiß ich nicht, könnte man vielleicht so sehen. Hatte ich ja schon gesagt, dass man da vielleicht hätte ein bisschen mehr draus machen können, aber, naja, es ist nun mal so. Ähm. Alle, gerade gibt's noch irgendwas, was ich da zu großartig sagen könnte. Das war die 16. Session übrigens, also 16 Sessions hat es gedauert. Vom 20.08.2013 bis zum 7.04.2014. So, brutto zumindest, was die Zeit angeht. Im Januar habe ich ja zum Beispiel nichts aufgenommen. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts das jetzt im Ende sind. Vielleicht sind es auch wieder so um die 109 Parts, wie bei Thief Deadly Shadows es der Fall war. Ich weiß es nicht. Über 100 Parts auf jeden Fall, denke ich. Ähm. Gibt's sonst... Sonst noch was? Ja. Ich meine, ich habe ja vieles auch schon während des Spiels gesagt. Also, die Waffen, das Waffenarsenal fand ich nicht schlecht. Das mit den Kräften und mit den Ruhen und mit den Knochenfakten fand ich sehr reizvoll, sehr interessant. Es gab den Kritikpunkt, habe ich wohl gehört und kann mich gut daran erinnern, dass gesagt wurde, ja, man ist ziemlich schnell, ziemlich stark in diesem Spiel und ziemlich übermächtig für Gegner. Mag sein. Aber vorausgesetzt, das stimmt, habe ich damit kein Problem gehabt, während ich gespielt habe, muss ich sagen, weil es trotzdem nicht den Spaß schmälert. Denn wie wir auch jetzt zuletzt gesehen haben, also die actionreichen Schlusssequenzen jetzt in den letzten paar Folgen, äh, mit Schwert, mit, ähm, Pistole und so weiter und so fort, mit der Armbrust, ähm, die Gegner können sich doch noch ganz gut wehren, zum Beispiel, gerade wenn ich mit dem Schwert kämpfe, das Schwert, mein Schwerthieb abfangen und mich zurückschmeißen und mich dann auch noch treffen mit Schüssen und so, also das ist nach wie vor trotzdem, äh, nicht, kein Spaziergang gewesen, sagen wir mal so. Ähm, ja. Sympathische Charaktere, manche Charaktere ein bisschen blass geblieben, Kalista zum Beispiel, andere Frage ist natürlich, hätte man sie detaillierter designen müssen, unbedingt, weiß ich nicht, sie hat es auch eigentlich auch so getan, für das, was sie darstellen sollte, ähm, ja. Und natürlich die interessante Frage bleibt, war Corvo jetzt doch Emilys Vater? Hatte er was mit Jasmine Caldwin, mit der ehemaligen Kaiserin? Das, was wir da in dem Geheimraum damals gefunden hatten, in dem, im Schloss selbst, das klicken ja erst danach und auch die letzten Worte hier gerade, die der Outsider gesagt hat. Der ist auch ein bisschen blass geblieben, ob man den so hätte reinbringen müssen, weiß ich nicht. Zumindest hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Jedenfalls, danke fürs Zusehen nochmals, äh, das war's von Dishonored und ich hoffe und würde mich freuen, dass ihr in einem anderen Let's Play meinerseits auch noch Spaß findet und einschaltet. Bis denne, euer Dave. Ciao. . Untertitelung des ZDF, 2020